Hallo Leute und herzlich willkommen hier auf dem Kanal der CaptainShift. Ich bin Captain Yamato und begrüße euch recht herzlich zurück bei Turok, Dinosaur Hunter. Und zwar haben wir in der letzten Folge Level 2 geschafft und jetzt geht's weiter. Direkt sprunghaft ins nächste Level, würde ich mal sagen. So, Level 3. Die Stadt, oder die alte Stadt, hieß das Level. Sammeln wir jetzt erstmal wieder kräftig Munition. Kommt schon der erste Kumpel. Aber so nicht, mein Freund. So nicht. Wir sind Turok. Der Sohn, das... Wo ist denn du? Geh weg. So, Kart ist mein wichtigster Freund. Ist mir ja letztens mal aufgefallen. In der letzten Folge. Okay, da oben ist ein... Schrotmunition ist auch wichtig. Sehr gut. Keine Explosionsmunition, aber immerhin immer normale Munition. Das reicht ja auch schon. Wir haben ja Gott sei Dank immer noch unser Shield. Das Shoot Shield. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Ein paar Magazine. Was ist mit dir? Stirb, Mann. Was ist zu sterben, wenn ich jetzt die Befehle? Oh, da kommt was. Oliver, was bist du denn für einer? Du bist neu. Ach. Meine Flosse. Komm nicht alle her. Spawnen die hier direkt wieder schon? Was ist mit dir, Mann? Stirb. Braucht deine Munition. Äh, deine Energie. So, dann gehen wir mal die Tappe hoch hier. Auf in die alte Stadt, würde ich sagen. Ich bin eigentlich kein Freund. Ich bin eigentlich kein... Ah! Oh Gott! Alter, Falter. Was ist mit euch los, Mann? Junge, bleibt ruhig, ey. Bleibt ruhig. Alles cool, alles cool. Ach, wollte ich ja noch sagen. Liebe Leute, wie geht's euch eigentlich? Wie geht's euch? Ich frage so selten nach, wie es euch eigentlich geht. Wie ich sie euch befinden. Geht's euch gut? Das ist schön. Das freut mich. Ist auch wichtig, dass es euch gut geht. Äh, nichts ist schöner, als wenn es den Zuschauern gut geht. So, jetzt hoch. Ha! Ah! Hab ihn erspawnt. Ah! Du Schwäin. Irgendes Schwäin. Hört ihr das? Ihr rennt doch einer lang. Portal! Äh. Alter. Hallo, Mann. Ganz vorsichtig. Das haben wir ja gelernt. Springen. Tuwok. Immer sehr. Eigen. Da rein? Aber ich will. Erstmal. Zu der Kiste. Schaffelpatronen. Na toll. Wo nicht ich ihn voll habe. Sicher gelohnt hier. Zurück. Zurück. Braucht das I am Turok. Symbol. Wird er wieder I am Turok ruft. Steht ja. Weil er ist Turok. Der Sohn eines Indianers. Glaube ich. Glaube ich zumindest. Ne, es hat ja nicht viel über diesen Charakter. Außer, dass er immer sagt. Außer, dass er, wenn er Leben erhält, sagt, dass er Turok ist. Okay. Hier nicht. Brauchen wir nicht. Wir sind noch voll. Beziehungsweise nicht ganz voll, aber... Ich habe übrigens immer nicht rausgefunden, wie man einen Granatenschmeiß. Keine Veränderung an dieser Front. Ja. Okay, Schachtle-Exklusiv-Pattronen. Das ist jetzt so nett toll. Das ist jetzt also meine Belohnung? Das ist aber lame. Turok. Da war ich auch noch ein Portal. Ich fühle mich bestimmt an die gleiche Stelle. Würde ich fast... Würde ich meine Hand für ins Feuer werfen. Da unten war auch noch ein Portal. Na, komm schon. Portali. Wo bleibst du? Da bist du. Nee, es ist ein anderes Portal. Okay. Oh. Springen. Turok, spring. Du musst springen, Turok. Tu es, Turok. Turok. Ah, läuft. Ich fühle mich ja hier an den Gang. Keine Geheimnisse, nichts. Es wird eng. Es wird enger. Boah, ich bin so gut. Ich bin so gut. Noch mehr Amor. Noch mehr Munition. Toll. So, die ich nicht gebraucht habe, weil ich eh voll bin. Okay. Lass das. Ich hasse das. Das muss ich kurz überlegen. Alter. Krass. Scheiße. Alles gut? Alter, was ist mit dir los? Da drüben ist das andere Ding. Nein. Nein. Fehler. Ganz schnell wieder hin. Ganz schnell rennen. Los, Tuwok. Renn. Ach, nee. Also, ich habe schon wieder nicht auf die Uhr gekocht, Leute. Ich gucke jedes Mal niemals auf die Uhr, wie lange ich eigentlich spiele. Geh weg. Ja, komm, stirb. Übrigens, stand es irgendwie, habe ich das letzte Mal gelesen, dass es in der Originalversion, in der Nintendo 64 Version, die im Deutschen erschienen, alles Roboter sind. Also, Blut. Nein. Ich wollte hier nicht hin. Ich bin noch. Ich bin noch ein Hornox, du. Ein Hornox. Ein Hornox. Ein Ochsenhorn. Weg mit dir. Weg mit dir. Was ist das denn? Achso, das ist für die Laserwaffen, glaube ich. Hallo? Mutti? Bist du's? Ich höre dich doch. Wo bist du? Ne, egal. Es ist das gleiche verdammte Portal. Verdammt, ey. Ach. Ist das nervig. Naja, ich hatte hier vorhin noch Munition zu sehen. Vorhin zumindest. Den nicht. Den nicht. Den geht's jetzt weiter. Verschwindet. Verschwindet. Aus dem Weg. Ich habe zu tun. Ich bin Turak. Ist das schnell, ey. Ja, du bist es. Du bist Turak. Niemand sonst kann, äh, dürfte sich den Namen Turak jemals aneignen. Schlein herausgefunden, wie ich Granaten schmeiße. Ihr könnt es mir ja bitte mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Das wäre echt hilfreich. Schachtel-Patron. Oh, yeah. Patronen habe ich jetzt echt gebraucht. Wah. Das ist so ein... Das ist so ein Typ. Bleib cool. Was ist mit dir los, Mann? Was ist mit euch los? Bleibt doch mal ruhig. Alles ist in Ordnung. Alles ist... in Ordnung. Ey. Lass das. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn sowas passiert. Nein. Nicht schon wieder. Oh, das ist doch unfair. Ich glaube, es gibt immer nur die gleich zwei... Also es gibt immer nur zwei verschiedene Welten oder so im Level. Wo du mit den Portalen hin zu den... Also wo du mit den Portalen kommst... Das ist, glaube ich, so ungefähr zwei. Denke ich. Hör auf, dich zu bewegen. Ich kann nicht so viel treffen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war mir eine Freude. Dopp, 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 dopp. Was ist eigentlich dein Problem? Hör auf, Granaten zu schmeißen. Das gefällt mir. Macht keinen Spaß. Okay, da oben ist der Speicherpunkt. Das ist schon mal gut. Hey. Reg dich nicht auf. Nein, ich habe sogar Schrotmonition voll. Was ist hier los, ey? Was ist hier bloß los? Auf damit. Sag, ich hasse das. Du sagst, ich mag das nicht, wenn du das tust. 250 Leben. Das sind vier, oder? Checkpoint. Magazinen. Nicht schlecht. Bleib cool, Junge. Bleib cool. So, da geht's hoch. Das erfällt mir. Oh! Ey, Jungs. Spannt euch mal ein bisschen. Hey. Wie gesagt, ich soll euch nicht entspannen. Ich meine, wenn ich sage, entspannt euch, meine ich das auch so. Dann sollt ihr euch ja entspannen. Gibt's auch nichts? Hey, hey, hey. Welches Schwein. Du sollst es lassen. Okay, okay. Geht's nicht weiter. Geht's nicht hoch. Ja, geht's hoch. Ja, geht's hoch. Kein Problem, kein Problem. Es geht mir langsam mumpeln aus. Das ist nicht gut. Komm auch immer wieder. Das ist ja nervig. Das erfällt mir nicht. I don't like this. Oh, nicht so. Sehr gut. Aua! Sag, das gefällt mir nicht, wenn ich geschossen wäre. Wo ist denn der Typ? Da oben. Da ist er. Da war er. Woa, bleibt cool. Bleibt cool. Bleibt cool, Leute. Alles ist in Ordnung. Ich hab alles unter Kontrolle. Ich will euch doch nur helfen. Habt ihr das denn nicht? Ich will euch doch nur helfen. Ich bin doch nur hier, um euch zu helfen. Ich bin euer Freund. Der gute Tu-Raub. Der euch ja nur helfen möchte. Steht ihr das denn nicht? Ich bin auf eurer Seite, Mann. Die Pfeile übrigens haben wir gar nicht. So, wie komm ich da ran? Was ist das da oben? Warum stirbst du nicht? Und ist das hier Manuel Neuer? Ich glaub nicht. Ja. Ich möchte das Spiel speichern. Ja. Okay. So weit so gut. Aber es gibt noch viele Geheimnisse, die jetzt zu entdecken. Ich bin noch nicht sicher. Ich bin noch nicht... Ich gebe mich noch nicht damit zufrieden. Oder durchzuwaschen. Beispiele. Beispiele. Waren noch viele Sachen hinten auf den Tempeln. Und ich möchte da eigentlich ganz gern hoch. Und da möchte ich eigentlich hoch, hoch. Da brenne ich erstmal um diesen Tempel herum. Kann ich schon mal nicht falsch sein. Da ist ein Tor. Aus dem Weg. Gott, wo geht's hier lang? Es gibt so viele Wege. Das ist nicht gut. Ich mag's nicht, wenn's so viele Wege gibt. Okay, aber bevor ich mir hier meine ganzen Metronen verschieße, würde ich sagen, gehen wir das nur da hoch. Schauen wir jetzt mal, was da oben so abgeht. Opferschale. Hier müssen wir nichts tun. Den ist ein Portal. Wie geht's nun? Das ist er, da oben ist er, da oben ist er. Wie geht's das? Wie geht's jetzt.